Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Professionab.de. Hier im Online Outlet für Markenzurvers eine Tommy M. Objektgarnitur habe ich heute für Sie. Und zwar das Modell SUST, komischer Name. Eine echte Elementgarnitur bestehende aus fünf Elementen, drei Einzelelemente, hier ein breiteres Element mit Eck und hier ein Longchair mit Eck. Ah, in einem strapazierfähigen Stoff, es ist schon auch eine Objektgarnitur, wo man merkt es, man sitzt eher fester. Könnte ich mir ideal auch für eine Besprechungsecke vorstellen oder in einem Büro, Chefbüro oder im Eingangsbereich. Der Stoff macht auch einen sehr robusten Eindruck, das sind nur Fusseln von hier. Ich kann mich auch mal langlegen, okay, ein paar Kissen sollte man vielleicht noch haben, um das ganze Ding aufzuwerten. Was hier sehr schön ist, ich kann das Ganze leicht umbauen. Ich kann zum Beispiel hier einen Zwischentisch reinstellen und hier das Sofa hierhin stellen. Oder ich kann es natürlich dann auch zusammenschieben. Aber ich würde jetzt hier vielleicht sogar einen Zwischentisch machen. Oder ich stelle zum Beispiel zwei Elemente komplett separat und mache hier eine Formation draus, die so aussieht. Kann man alles machen. Wirkt etwas blockig, sehr kubisch, geht nicht aus der Mode. Für den Objektbereich gefällt es mir sehr gut. Rücken geöffnet, macht es etwas leichter. Advertising, wir haben dieses Stück bekommen. Von der Hausmesse wurde die gezeigt. 2,40 Meter auf 2,93 Meter ist sie angegeben. Aber das ist natürlich sehr individuell. Als Schnäppchen für alles in allem 1990 Euro. Alle fünf Elemente zusammen. Wahnsinn, plus 199 Euro. Versand, profischnapp.de Ihr Online-Outlet für Markensofa sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, bleiben Sie mir gewogen. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de